3 direkt wieder weg oh wer ist rot jawohl das war ein starker schuss ich hab doch gespielt ich drücke mir hier ein ab ja stark wir sind wieder da hey tschüss war ins Tor dann ehrenmitglied hallo für was ist das jetzt haben die es noch alle ja runter jawohl oh ein schieß jawohl ja ach Junge jawohl jetzt hier am ball und jawohl stark jawohl lukas weg mit dem ball ja ich stehe hier allein rum ich stehe die ganze zeit da und warte ja china man da mache ich mal mich ein bisschen leiser ich habe da gar nichts ich habe da gar nichts verstellt gab das ist wie letztes mal ich baller die jetzt mal auf volle pulle so erst aber noch drin Wir brauchen jetzt hier mal ein Tor, dann sind wir wieder dran. Dann haben wir das Erfolgserlebnis, was wir gerade brauchen. Oh, steh ich? Irgendwo. Stirni? Schön. Ja? Kev? Jawoll. Seid so, oder? Nein. Halleluja. Ihr könnt es ja doch noch. Er konnte nichts machen, ne? Ja, ja, ja. No, Jeschi rennt es aus. Passiert. Jetzt, jetzt direkt der Antwort. Ja, Kev, mach den. Jawoll. Juhu. Geht doch. Geht doch. Ich hatte es nicht gesehen. Ich dachte, das wäre einer von euch. Der, der alle spielt, ist immer rot. Schon klar. Da waren aber auch zwei Roggen. Super. Genau, ne, wenn ihr das hatte ich nicht gesehen. Nicht zu mir. Jetzt. Baldi. Kev. Ja. Jawoll. Jawoll. Wichtig. Mein Gott. Geht doch. Wir können es doch, Mann. Verdammt so scheiße hier. Wir haben es nicht gemacht. Ja! Ja! Mitte, 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 Mitte! Spiel auf Kev! Ja! Gut, 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 gut. Sehr schön! Nacht auf den Fans! Wir sind wieder dran! Ja, genau Kev! Bester Move! Willst du denn, dass er den auch im Real-Life dringt? Hey, Parra! Ey, Jul! Ja? Ich hab das alles Problem! Ah, leider Gottes! Ja! Der war zu hoch! Ja, aber jetzt! Spiel doch rein! Schieß! Kev! Jawoll! Jawoll! Ui, 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 ui! Jetzt müssen wir's ausnutzen! So, jetzt nicht nachlassen! Einmal mehr, das müssen wir jetzt ausnutzen! Komm, wir müssen jetzt auf einen Punkt spielen, zumindest! Danke für den Nächsten! Komm, 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 komm! Ja! Komm! Komm! Ein Punkt nehmen wir hier mit! Ich mach ihn mal! Schieß! Ja! Ja, haben wir's noch mal geschafft! Komm, Alter! Let's go, Alter! Wir haben noch drei Minuten! Noch mal gerettet das von Marco! Ich darf nicht! Hm, 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 hm! Auf... Schön! So, und jetzt! Schieß! Was machst du? Schieß! Schieß, Alter! Jawoll, Alter! Ich wollt' nicht aus zweiter Reihe schießen, weil ich eh wusste, dass dann da... Was ist draußen? Was für'n Inder? Inder? Ist ein Inder hier? Ja, ja, ja! Oh! Ja, Alter! Schieß, Alter! Oh, oh! Oh, Alter! Er hat's versucht! Gott, meine Gesichter! Oh! Ja! Aber Zeugen steht jetzt, ähm, mit Erfolg teilgenommen! Den konnte... Mit Erfolg teilgenommen! Den konnte er so schnell gar nicht kontrollieren, den Ball! Nö! Jetzt aber Cash! Jawoll! Oh! Das war... Es geht doch, Alter! Und jetzt hier nix anbrennen lassen! Zweidi, Deiner? Kev? Hast du den? Ja! Schieß! Oder spiel! Ja! Kev, der wollte sich mal ne Runde hinlegen! Ja! Der hat gedacht, der hat's nur zwei Tore, der braucht nicht noch mehr... Oh! Blau! Blau! Ja! Ja! Ich hab gedacht, ich könnte noch irgendwie abluxen, Alter! Ja! Was... Was hat's dir mir gerade geglaubt und gesagt? Dass die Rotze sind! Ja! Wie war das? Ja! Ja! Jetzt! Ja, Wolka! Wolka hat's angeschickt, Kev! Kev! Mach! Ich hab' den Abel mal rausgeholt! Wer? Ich! Ah, du schiefst doch, Kev! Nein, wieso? Ja, mach' den einfach so! Kev hat doch schon einen verschossen, das reicht! Alter, Spidey! Jetzt musst du machen, sonst haben wir den dritten von uns, der verschießt! Ey, Spidey, ansonsten! Ja! Jawoll! Haben sich einmal eingefunden, der auch trifft! Ah, Junge, Junge, Junge! Ah, Junge, Junge! Hat er nicht fassen? Ne! Ne! Was, Rot-Gelb für Ukraine? Könnte komisch kommen! Steiner! Cool Steiner! Aber Alkoholfrei, Alter! Ja! Ja! Mach das, Lenk! oder Vertragsauflösung! Jawoll! Nein! Stark! Stark, Kevin! Kevin Volland! Kevin Volland! Engulo, Engulo! Engulo, Engulo, Kante! Oh, nein! Wichtig! Läuft hier wieder echt super heute! Ja! Jawoll! 3... 3... 3-1! Jetzt lang! Digga, wer leckt denn da so? Wer leckt denn da allein? Ich hab nicht so ne kaputte Vete! OP der lecker allein! Alle mit drei Mann! Ich fass uns nicht! Oh! Ja! 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 Yoshi! Was geht da ab? Ja! Muss ein Bug sein! Speedlag! Das war wirklich ein Bug, das hier, Alter! Ja! Aber ich glaub ich hab vorher mit dem Linken geschossen, deswegen ging der auch drei Kilometer am Ball, äh am Tor vorbei! Äh! Ja Moin, was macht ihr denn da? Kurz küssen! Ja! Ja! Jetzt Spidey mach den! Ja! Ja! Es geht doch! Wir sind wieder da! Wir sind wieder da! Ja! Spätestens vom 8.10. Wir sind schon wieder Gegentor! Pst! Pst! Lust nicht, Alter! Ruhe! 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 Ich bin da gegangen! Ich muss gleich noch nachtanken! Der macht den Werner! Oder trink Ziel Cola! Jetzt siehst du noch besser! Ja! Du machst den Musiala! Musiala! Ja! Ja! Wieder nochmal! Ja, mach den! Oh! Woll! Wow! Yoshi! Alter, ist ein Bug, oder? So, ich zieh mal ins Zylwasser! Jawoll! Jawoll! Stark, Stimmi! Jetzt sind er! Und jetzt! Ich hab keine Ausdauer mehr, Alter! Du kannst doch jetzt schon keine Ausdauer mehr haben, Alter! Aber weil der da rumläuft wie so'n... Ja! 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 Ja, aber ich muss... Ich arbeite auch hinten mit! Das ist unentschieden zur Halbzeit! Wär wichtig! Jetzt! Ja! 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 Let's go! Ja! 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 Jetzt stellen wir uns mit allem an hinten an die Linie, Alter! Oh, Alter! Ja! 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 Let's go, man! Argentinien, Mittelstürmer, auch Dybaldski! Oh nein, jetzt spielt Terry, jetzt macht der Bot! Oh nein! Der Bot macht's bestimmt besser. Der macht den rein! Aus dem 100k-Pack, Vorschau-Pack krieg ich ein 84er, aber aus dem 45k-Pack krieg ich ein Dybalap. Perfekt, Bruder. Das da gibt eh nix, oder? Oh doch. Ja! Ja, mach ihn! Oh je, oh je, jetzt. Oha! Oha! Nie gedacht, dass der ankommt. Nie gedacht, dass der ankommt, Leute. Oh je, 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 je. Jetzt aber. Ja! Ah, komm, Jalla! 4-5. Komm, ich versuch jetzt ein Spiel als ZOM und wenn dann wieder zu Katastrophe, dann geh ich wieder in die Abwehr. JASIN! Oh je, oh je. Ja, nee, es ist schon wieder in die Abwehr. Jawoll, Kev. Geht doch. Gute Vorlage. Ja, das war gut, ja. Oh, welche Nummer hatten denn nochmal dabei Köln? Wer? Bono, oder? Ja. Ja, immer nach oben. Ja, okay. Okay, ich will mal nicht so sein. Dann sagt man die Rücknummer von Horgelmeret. 24. Jawoll. Was? 24. 24. Horgelmeret hat 8. Horgelmeret hat 8. Horgelmeret hat 8. 25. Oder eins von beiden. Ich wollt grad sagen, er hat die 2... Deng mal nicht, ja. Ey, Lohler. Ja, wie vorhin. Da hab ich auch ein Fake-Shot gemacht und auf einmal wurde er gepostet. Ja! Ja! Uhuuu! Tjuls! Tjuls! Lol! Tjuls ist wieder da! Düder! Mach die Robbe! 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 Ja, das ist richtig. Ja, du bist aus irgend so ner Schrott-Jugend gekommen anscheinend. Schrott-Jugend? Ich bin von 1. Liga Schrott. Abseits. Ja. Ja. Ja, Abseits, ja. Was für Abseits? Du da! Was los? Oh Gott. Du da! Du da! Okay, alles. Oh, der verbrennt alles, Alter. Ja, benutzt das Longpage. Alles nur Schmutz und weg. Oh, schick dich! Jawoll! Ja! Mach ihn! Jawoll! 40 Millionen für ein Tor bis jetzt, nur frech. Drei Tore. Wie viel hast du gemacht bis jetzt? Drei. Drei Voller. Drei und vier Voller. Ich muss den Streamer umbenennen. Mit neuem Superstar Yassin. Uiuiui. Was ist Yassin, Alter? Wer ist Yassin? Weiß ich nicht. Der hat die Vorlage gemacht. Das ist wirklich egal. Ich hab das Tor gemacht. So, wo ist unser Superstar? Weg. Ne, mit dem roten Pfeil. Mit dem roten Pfeil. Das ist Mannack. Perfekt, Digga. Da ist er! Da ist er! Superstar! Ja? Uiuiui. Guck mal. Ich darf heute echt keine Tore mehr machen oder voll. Hinten. Haha. Digga. Der war gut. Der war gut. Der war gut, Mastermind. Bitte! Ja! Mach den! Oh. Digga, ich wollte Kev erst beleidigen, Alter, weil er den nicht macht. Halbweg gewinnen noch. Kapper. Wenigstens besser als Deutschland-Pasilien. Ja. Ja. HDF. Halt die Fotze, oder was heißt das? Wir machen jetzt noch fünf Toren. Dann hol ich dir einen Döner. Äh. Hey, Digga, wie könnt ihr da nix machen? Ja! Hörbi! 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 Drei! Ja! Sechs sieben! Sechs sieben! Komm mal! Ich bin auf YouTube wahrscheinlich vielleicht im Video! Soche Dinn! Junge! Junge, was passiert hier? Ich bin so lust wie Schwanz, Alter. Ich bin sehr gezeigt, wie Leute mit L2 verkacken und nicht verkacken. Leute, die in... Yeah! Kev, Lernsprechen. Ja! Was war das jetzt? Das Tor ist schon gefallen und zwei Minuten später kommt der... Junge, ich bin... Würde mich nicht wundern, wenn dem so wär. Ja! Ja! 2-2! Soll man den mal wieder runterziehen? Vielleicht hat das beruhigt. Nein! Nee! Der bleibt ja erstmal da oben. Ja! Ja! Mach den! Ja! Jawohl! Du Bauer, sagt er! Bauer! Ja! Dafür müsste es eigentlich fünf Minuten Timeout erstmal geben. Ja! Mach! Mach! Richtig! Auf geht's! Jetzt kommt Winter. Oh ja! Das sind! Das sind! Mach den jetzt! Oder ich spiel rüber! Mir auch egal! Zwei! Jawohl! Jussi! Der Winter kommt! Sollen wir ihm noch ne Chance geben? Ich bin auch älter als du, Kollege Schnicho! Ich bin halber Rentner schon! Aha! Der ist wieder in die Mitte! Der ist halb so jung! Also halb so jung! Spiel doch in den Rückraum, du Keks! Ja! Mach den! Jawohl! Der Frühling hat doch zugeschlagen, Alter! Der fru... Der fru... Der fru... Was? Der fru... Der fru... Der fru... Der fru... Da nach 4 Stunden besser schlafen geht. Mit 3 Jahren ungefähr. Ich mache auch nicht mehr lange. Mach der! Jawoll! Ich wollte... fast schon anmeckern. Ja, wer hat da... Josi, warte mal zu meinen... Leck mich... Schönes Ding mit... Der hat auch meine Nummer der Kartenfummer Digga, jetzt, tu es! Digga! Nein! Oh oh! Der jetzt macht den! Jawoll! Alter, hast du den jetzt nicht gemacht, Junge? Was dann? Was dann? Hä? Was? Was? Vertragsauflöser, hält man dich so umgehauen wie der? Jetzt wird's schon wieder rausgehen? Willst du mich verarschen? Ich gerne mach den Halt an! Woah! Ui! 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 Menno! Und schon wieder zu auf Fernseher! Werde auch sonst! Ich will dir doch rüber! Was ein Typ! Was ein Typ! Yasin, Alter! Ah! Ich hol's, kommt! Juhu! So macht man's Hore! Also Yasin, Alter, wollte ich dir das so beibringen, oder was? Digga, wenn ihr denkt, ich bin Kapitän...